Geh nie mit einem Fremden mit. Das haben uns unsere Eltern beigebracht, als wir noch Kinder waren. Und ein Fremder, das ist einer, den man nicht kennt. Im Umkehrschluss dürften Kinder aber mit jedem Nachbar mitgehen, denn sie wissen ja, wie der heißt und wo er wohnt. Falsch. Bei Bushido Esslingen bringen wir den Kindern bei, dass sie nur mit Menschen mitgehen dürfen, bei denen es ihre Eltern vorher erlaubt haben. Woher ich diese Regel kenne? Von der Polizei. Mit der arbeite ich seit über 15 Jahren zusammen im Arbeitskreis Gewaltprävention. Dort treffen sich verschiedene Trainer und Lehrer und tauschen sich zu diesen Themen aus. Die Trainer aus den anderen Esslinger Kampfsportschulen habe ich dort noch nie gesehen. Wenn Sie also einen Kampfkunst- oder Selbstverteidigungskurs für Ihr Kind buchen, dann achten Sie auf die Qualifikation der Lehrer.